Ei, 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 ei! Super! Applaus! Wo ist der Homo? Da ist der Homo. Hast du noch keinen Moped? Jetzt frage ich mich. Ja, weil wir bis jetzt noch keine Fahrzeuge haben. Guten Tag. Ja, wir gehen gleich überm Platz, Papa. Jaaaa! Kamera läuft. Ein, zwei, Klappe, die erste. Wollte draufkotzen? Das ist so viel Scheiß. Hier kommen also die Pakete von Amazon. Ist das Amazon? Ich würde gerade alles kaufen. Ah, pistenweise. Ach so, so kann man es auch machen. Clever! Oh, hier sind Kippenstangen. Kippenstangen im Schuhkanton. Handtüte mit Draht und Kleberband. Der wiegt nach Rost. Der wiegt nach Rost. Von wo ist der Tank? Von welches Motorrad? Keine Ahnung. Ne... 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 M... Wir fahren... M... Wir fahren Simmson. Wir sind sowas. Ich kann dir sagen, das ist wofür es nicht ist. Der Tank ist von der Pannonia. Ein ungarisches Motorrad. Kennt der Pannonia die Namen? Ne, ne. Was schleppst du denn das hier her? Das kauft ja eh keiner. Och! Die kennen doch nicht mal den Namen Pannonia. Die denken doch, das ist bei McDonalds ein neues Eis. Ach so, ja. Ist das nicht? Ne. Okay. Pannonia. Joghurt vermessen, der Pannonia. Wer Pannonia kennt, schreibt es mir unten in der Videobeschreibung. Quatsch, da bin ja ich. In die Kommentare. In die Videobeschreibung soll sie reinschreiben. Ja, ich gebe extra mein Passwort und alle. Ist das immer noch Moped123? Nein. Schwalbe123. Die haben gerade einen Schwalbe gekauft dahinten. Plus die gibt er nicht raus. Aber Geld hat er. Was sagst du dazu? Nichts. Ich habe dazu nichts zu sagen. Ah, guck mal wer hier ist. Der gute Topcase-Biker. Der hätte doch noch mit uns fahren können. Schöne Ding. Schöne Ding. Schöne Ding. Schöne Ding. Schöne Ding. Diese Drecksbordpits hier. Na, Alter. Du rollst den Karren Pferd doch. Ich fahr doch lieber einen Roller. Ein Roller. Schöner, schöner Roller. Oh, meine Monetisierung ist auch im Arsch. Wieso? Du musst gleich mit dem Hausdrasch rumspielen. Hast du noch etwas Schönes gefunden? Ja, einen Mercedes-Stern. Einen Stern. Wo denn? Der Deiner. Ich blind. Ach, da drunter. Es ist sogar zwei Stern. Zwei Stern. Luchst du's? Echt mal. Ob das hinten an meinem Auspuff-Joot aussieht? Hm. Fehl Fall. Und dazu haben wir die hier als Bremslicht. Passt. Nimmst du den hier? Hast du eh Schwalbe. Na ja, klar. Na, brauchst du einen Zylinder? Nee, der Kolbe ist im Arsch. Ihhh. Na ja. Ich hab den im Mokern. Ach, deswegen brauchst du einen neuen. Verstehst du? Was ist der Böse? Ich hab Federer voll. Oh nein. Federer! Man hat ja gerade die Antworten. Könnt ihr Leute unterscheiden für mich? Wir haben die hier auf der Rückseite. Ist doch eh total zerkratzt. Das war dieses Jahr. Du warst dieses Jahr schon hier. Peter, eigentlich bist du ne arme Sau. Ne, ne coole Sau. Ne, ne arme auch, die führt nicht rum wie ne vorteile Katze. Nein, das will ich, Herr Zucker. Echt? Man muss da Bock drauf haben. Die unsere Filme gucken, haben alle recht. Naja, wenn du da Bock drauf hattest, ist mir zweifelig hoch. Mani, mani, mani. Wir haben noch alles, was rein eintritt, Peter. Wir wollten aber nicht. Und vielleicht nur ein Eis. Aber auch nur ein Geschenk. Jo, gibts aus, ey. Na komm, das wird nicht teuer, komm. Wieso, er hat doch Geld in der Hand, du brauchst doch nur ein Eis halten. Skopel macht die dicke YouTube-Pasta. Jetzt red ich mal Wheel Talk, das macht kein anderer YouTuber. Das macht nur ich. Der verdient sich dumm und durstig. Der hat überall Verträge, überall muss er drus zahlen. Ich hab mein Portemonnaie verloren. Mach mal. Ach, Wahnsinn. Mh, schmeckt Schokoscheiße. Oh, ist das kutzig. Der ist ja süß. Nein, ich will keinen Hund. Willst du einen Hund? Hä? Willst du nicht so einen Hund? Wenn ich einen Hund möchte, ja, dann geh ich ins China-Restaurant. Au. Au, der abonniert so ein Duro, wenn ihr so einen Spruch scheiße fangt. Ich mein, ich mag zwei Hunde, aber haben möchte ich keinen. Jetzt seid ihr nur noch, ich mag zwei Hunde, aber nur mit süß-sauer. Was ist denn viel Content über den Winter? Ist gar. Wann soll ich denn hier noch filmen? Nichts weiter. Nur noch dobes Silama. Bis mir schlecht wird. familiärer